DER HETT Ah, mir geht's gut. Oh, großer Gott. Ist alles in Ordnung? Vielleicht sind das Flashbacks. Hier entlang, bitte. Nein, es ist ja wie ein Traum. Äh, wo war ich? Du wirst wirklich verrückt, alter Freund. Ist außer toten Vätern und singenden Studenten ihr Sehvermögen gestört? Nur wenn ich richtig voll bin. Samuel, haben Sie jemanden, mit dem Sie über Ihre Probleme sprechen können? Okay. Genau. Offenbar nicht. Wir haben es hier mit einem Astrozytom vierten Grades zu tun. Einen größeren Tumor habe ich selten gesehen. Aber falls du Hilfe brauchen solltest, Samuel, gib mir Bescheid. Ich glaube schon klar. Ich habe eine alte Hütte am Meer, war ewig nicht mehr da. Was tun wir hier? Ich? Ich mache mir Gedanken über mein Leben. Du? Ich habe keine Ahnung. Was ist passiert zwischen dir und Mama? Keiner kann sagen, was in einem anderen Herzen vorgeht. Bonjour. Sie sind Französin und lesen Leonard Cohen. Ist einfach eine kleine Welt. Wäre möglich, dass du mal darüber nachdenken musst, dass eine andere Person nicht die Antwort auf alles ist, was mit dir nicht stimmt. Du bist ein Scheißgeist. Ein dämlicher Scheißgeist. Ein dämlicher Scheißgeist. Ich habe versucht, in meinem Weg zu frei zu sein. Bringen wir dich ins Bett. Ich will noch nicht. Klar, mein Lieber. Gehen wir ins Bett.